So, hier haben wir den Zug. Was spricht die denn? Langsam, ne? Ja, ja, Logo. Aber so... Ich sag mal, das krieg ich gleich auch hin, ne? Rollenflug. So, lass uns gleich stehen. Was denn? Mein Gott, was willst du für 39 Euro bei Toyser erst erwarten? Was gewollt? Was gewollt? Oh, der. Ist das jetzt eigentlich so geschwindigkeitsmäßig alles, was er kann? Also, man könnte die noch schneller fliegen, ne? Aber sollst du nicht machen, ja. Was willst du denn hier drauf wieder landen? Alter, voll geil geflogen, Thomas! Hier, der war das, der! Ja, komm mal. Hier, hier! Warum ist denn das so? Ach so, war das meine Schuld? Gut. Der zeigt, der zeigt ihn nicht mal... Ah! So, stopp.